Yo Leute, herzlich willkommen. Ich hatte ja meinen Spielstand verloren gehabt und ähm, ja. Ich will nochmal schauen, dass ich da wieder hinkomme, wo wir waren. Ich nehme das jetzt aber mal auf. Einfach mal, damit man sieht, dass ich am Ackern bin, damit das weitergeht. Nebenbei beschäftige ich mich ja mit Linux, ne. Ich habe ein bisschen was vor, habe eigentlich schon länger, aber jetzt kommen wir langsam mal an einen Stand, der auch brauchbar ist, ne. Damn. What the fuck? Erwischt. Das habe ich gesehen. Ich sehe ihn immer noch. Weg ist er. Ach komm. Kamikaze hier. Okay. 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 Sausack. Feierabend hier. So mal gucken, kann man hier nicht eigentlich auch schnell speichern machen. Speicherninteraktion. F5, ja, ist klar. Wieder reinfuchsen, ne. Gibt mir mal schön eure ganze Munen. Hier draußen locken Health back. Hier auch noch. Kann man nicht zerschießen, aber schade. Hier geht die Post ab. Spannung. 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 Das ist doch. Das ist doch. Das ist doch. Das hat man eigentlich alles schon mal. Ein bisschen Munition hier. Gleich Kraft. Ja gut, aber was soll's. Ich will das weiterspielen. Und, ähm, bleibt mir nichts anderes übrig, als wie da nochmal wieder hinzuspielen, ne? Was soll man machen? Ja komm, laber nicht so fettig. An alle, die noch neu hier sind, herzlich willkommen im Krieg. Und an alle länger dabei sind. Ich hab ja zum Glück noch nicht so weit gespielt gehabt. Insofern ist das alles noch machbar. Will ich jedenfalls hoffen, denk ich mal, ne? Und auf ihre Kameraden. Dann los! Und los, Alpha! Also mit Ubuntu jedenfalls, ne? Spielzeug-Linux, das ist echt nicht so schwierig alles. Und, äh, ja, äh, da ich hier vielleicht, DirectX 9 ist es ja hier, ne? Vielleicht läuft das ja sogar auch dort. Dann hab ich da demnächst auch keine Probleme mehr. Mit, ja, ich muss mal meinen Spielstand absichern oder so. Weil ich auf ein neues System umziehen muss. Weil Windows halt mal neu gemacht werden muss. Hm. Scheiße, ey. Oh. Dann bin ich genau reingelaufen. Und was? Hier rein. In Ordnung, die Mörser machen Pause. Johnson, sehen Sie nach. Ja, Captain. What the fuck? Ich lauf genau rein in die Kacke wieder, ja. Boah. Shit. Wir haben Gesellschaft, ein Tiger nährt sich von Osten. Oh shit, ey. Das gibt's doch nicht. Johnson, sehen Sie nach. Ja, Captain. Dann halt mal so. Ah. Okay. Das wird so nix. Lädt er jetzt die Stelle, wo ich da bin? Ja. Ich will hier mal so. Das wird so nix. W crescent sind ja. Und das ist jetzt die Frage. Nichts. Und das ist alles. Das ist ja alles. Und das ist ja alles. Das ist ja alles. Und das ist ja alles. Geh mir aus dem Weg, Junge. Das hat da grad ne Granate gehört, oder? Ja, buchst du meine Zorn und so, keiner nicht schaden. Geh mir aus dem Weg, Junge. 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 alle erledigt auch gut soll das hier so heilen könnte sein altes kirchen gebäude ein bisschen gesprengt das funktioniert hier halt jetzt nicht so toll der zurück warum laufe hier zurück ok ich speichere jetzt hier und anscheinend gibt es auf youtube ja so ein paar sachen ist ein wenig verquer ein 4k encode nach der youtube verarbeitung ist ein 1440p schalter völlig bescheuert aber scheint nun mal so mit upscale auf 3200 mal 1800 meinetwegen machen wir es so wenn es qualitativ besser ist wenn auch nicht viel aber es kostet mich weniger encodierzeit und lässt sich schneller hochladen insofern das einfach mal so zwischendurch als testvideo ich weiß nicht ob ich jetzt alles bis dahin zum spiel stand dass ich da wieder hinkomme wo ich im let's play im eigentlichen let's play bin das alles jetzt noch mal zeige weil das wird es halt in die länge ziehen um ja haut rein das geht hier definitiv weiter und bis dann